Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games. Hunger Games. Ich spiele wieder mit den Daruss, das ist immer der, wenn ihr meine Aufnahmen guckt, am Anfang könnt ihr diese Taste. Das ist immer er. Und Joy ist auch noch dabei, die springt da. Hallo. Ja, meine Abonnenten haben sie schon vermisst. Ja, ich weiß, deine Freundin, ne? Ja, klar. Dann wäre auch zusammen. Ach, ich dachte, du bist mit mir zusammen. Aha, bedrückt mich da einer. Schon wieder, ey, ich bin Batman. Ich bin Batman. Wir rennen noch nach Joy und dann nach hinten raus, ne? Okay, wohin rennen wir? Zu Joy, zu dir. Zu dir. Renn nach dir und dann portest du dich weg. Okay, komm zu mir, komm zu mir. Wir sind da los, jetzt raus hier. Komm raus, raus, raus. Hinter mir her, hinter mir her. Sollt ihr hinter mir, oder? Ich bin neben dir, ich bin in dir. Ich bin in dir. Okay. Wo ist das Halbrunde-Geräute? Wieso werde ich angestupst? Einfach weiter, einfach ignorieren. Alex hat mich angestupst, wieso stupst du mich Alex an? Weil er mitspielen wollte, ist egal. Ja, der kann mich mal. Ja, genau, also einfach weiter rennen, einfach ignorieren. Ich hab nur noch einen, ich hab schon einen Hungerbank. Ich auch, ich hab schon zwei verloren. Ich hab schon zwei verloren, ja. Ich verliere gleich drei. Normal, ist normal, ist normal. Keine Panik. Echt? Alles normal. Wo ist das Halbrunde-Gebäude? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind fast am Ende. Hier, hier lang. Hier ist die Köscher. Okay, nochmal langsam, langsam gehen, langsam gehen jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und 42 Tributes remaining. So, ich würde sagen... Mein Rücken juckt. Oh, soll ich kratzen? Komm her. Nee, das ist ein bisschen weiter Weg. Ich kratze. Oh mein Gott, aua. Aua. Oh, schön. Ich wollte nur kratzen. Jetzt hab ich ein Herz verloren. Ist egal. Ich würde sagen, die gehen hier mal rein, ne? Was ist denn das? Die Uhr? Ja, die Uhr. Och, die so schön dunkel. Da freuen sich meine Abonnenten wieder hier. Daraus ist schuld, dass ich jetzt in der Uhr bin. Wenn ihr was dagegen habt, dann geht auf seinen Kanal und schreibt ihnen auch einen netten Kommentar. Okay. Aber netten. Keinen Bösen. Ich lasse Kanalkommentar. Das schreiben so wenige. Oh ja, bitte Kanalkommentar, genau. Das schreibt bei mir an mich auch keiner. Das könnt ihr auch bei mir hinschreiben, gerne. Warte, ich hab ne Hose. Ja. Geh doch weg, Joy. Ich hab in euch reingeworfen. Die Lichtung dran. Keiner hebt sie auf. Das ist gut. Ich heb's mal auf. Damit hau ich jetzt den nächsten, der kommt. So, mit einer Lederhose erschlagen. Oh, ich hab's heute. Ich hab's mit dem Versprechen. Ich hab's schon drei Tage nicht aufgenommen. Du hast mit dem Versprechen? Was hast du denn versprochen? Ähm, ich verspreche mich. Ja, also. Also hast du's mit den Versprechern und nicht mit dem Versprechen. Ja, genau so. So meinte ich das. So, ich bin ganz oben. Wir noch nicht. Mal sehen, was es hier gibt. Ich hab immer nur Joy's Arsch im Bild. Mit einem Fisch und Pfeil. Ich will auch was. Alle haben was, außer ich. Ich hab nur Essen. Ich hab Essen. Aber nicht genug für uns alle, das ist schlecht. Ne. Nur ein Fisch. Was passiert? Abgekürzt. Hehehe. Aber keinen Schaden bekommen. Nein, nein. Lol 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 lol. Lol lol lol. Das ist das Doofe angebotet. Man rennt so ewig hoch, aber es gibt hier nicht viel drin. Ja, zwei Kisten. Ja, unten war nur Scheiße drin. Können auch die OP Sachen sein. Ja, aber in den halbrunden Kräuten sind halt viel mehr Kisten. Müssen wir gleich auch noch rein. 34 Tributes. Remaining. Tributes. Skorboot und so, ne? Achso, das ist noch nicht unten, das ist die mittlere Ebene. Aha, noch weiter runter. Seid ihr noch hinter mir? Ja, ich bin noch hinter dir. Also ich sehe deinen Namen. Jetzt sehe ich dich. Cool. Der halbrunde Gebäude muss... Hier lang, hier lang, hier lang. Genau, und dann rechts rum, ne? Ist hier nicht irgendwo der Brunnen? Äh... Da unten ist wer. Da unten ist wer. Unter uns. Einfach ignorieren. Geben wir in das Gebäude rein, wo wir in den Tim reingehen? Das war das halbrunde, das will ich doch... Wo Tim immer reingehen, genau, das ist Tims Gebäude. Hoffen wir, dass keiner vor... Hoffen wir... Hoffen wir, dass keiner vor uns hier drin war. Ich denke nicht. Und da hast du natürlich auch versprochen. Und da hört man meinen Hund. Wo seid ihr? Ganz weit weg. Dritter Stock jetzt. Im dritten Stock müsste die erste Kiste sein, genau. Gehen wir weiter? Das habe ich mir schon mal gemerkt jetzt, endlich. Äh, ja, okay. Was war da drin? Ein Helm. Oh. Oh. Naja. Ein Schwert ist OP. Ohne Schwert fange ich gar keinen Kampf an. Ich schon. Naja, ein halbes Herz ziehst du pro Schlag ab. Wen soll das denn irgendwo hin? Lass mich dran, lass mich dran. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Fick dich, ich habe einen Fisch. Kannst mir gar nichts. Ich hab den Stick, ne? 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 Ich hab den Stick. Wie war das mit, du kannst es in der Aufnahme abstellen? Das halte sich grad anders an. Oh, oh, oh mein Gott. Ich hab mich auf den Mund. Genau. Genau das meinte ich nämlich. Man kann sie mich nicht abstellen. Das funktioniert nicht. Du bist ein böses Mädchen. Ganz böse. Framest du jetzt auf ihren Kanal? Hat die einen Kanal? Genau, ja, habe ich. Den haben schon gar schon welche gefunden. Und dann hat er mich angeschrieben und ich hab ihn eiskalt. Oh Gott, ich hab das runtergefallen. Abblitzen lassen. Oh. Oh. Das machst du ja nicht. Da hat er gesagt, ich soll mich nicht wie eine feame YouTuberin verhalten. Da hab ich gesagt, doch. Warum hat dich der David denn da angeschrieben? Ich bin ja runtergefallen. Ja. Kein Plan. Er hat gesagt, ich mag diese Joy, da hab ich ihm ein Herzchen geschrieben. Und dann hat er mir eine Privatnachricht geschrieben, ob wir skypen können. Und ich so, nö. Ja, du leid. Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir. Ich oben. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir nicht weiter hoch. Auf dem Weg nach oben. Ich renne einfach nur schlags hoch. Ich habe eine Kiste mitgenommen, die auf dem Weg da an der Treppe ist. Ansonsten habe ich keine mitgenommen. Ich erkundige mal hier ein bisschen. Joy, bleib du bei Wasser. Erkundige. Ohne I bitte. Erkunde. Du erkundest noch. Ich weiß gar nicht, wo ich alle seid. Ich gehe einfach den Turm hoch. Ja. Oben ist Wasser. Uzza. Noch nicht. Es dauert noch, wenn ich nur hier oben bin. Aber... Ah, da ist die Kiste. Genau. Eine richtig geile Idee. Ja, die anderen Trippels habe ich mitgenommen. Alle anderen nicht. Aua. Ja, ich gucke wegeneinander. Ich hole mir jetzt die beiden Kisten ganz oben an den Glasscheiben. Da bin ich jetzt gerade dran und dann ist alles gut. Also ein Bogen, ein Knochen, ein Pfeil. Äh, ich habe zwei Eisenhosen. Zwei Eisenhosen. Eine mich. Also ganz eindeutig. Ihr seid okay. Okay. Ihr seid schon mal so ein bisschen tanky tanky. Ich habe ein Steinschwert. Tanky tanky. Ja tanky tanky. Ich habe ein Steinschwert. Ich denke ich toti toti. Ich habe ein Steinschwert. Ich habe das Gefühl, dass ich toti toti bin. Ja dann komm doch hoch zu uns. Ich bin schon wieder ganz unten. Ach. Dann bist du selber schuld. Ich pack grad schon irgendwie. Da vorne sind ich mal Kühe. Hätte ich schon mal essen. Ich habe auch nur ein Hühnchen. Aber ich habe hier ein Schwert. Also werde ich die nicht töten. Einfach nur ein bisschen ärgern. Aua. Wo bist du Joy? Äh ich komm dir glaube ich gerade entgegen. Ja nicht, dass wir gleich aneinander vorbeilaufen oder so. Ja ich bin auch mal gehofft. Achja. Warte, Eisenhose. Ja gib mir die Hose an. Gib mir die andere Hose hinter den. Den ähm. Da liegt sie auf der Treppe. Gibt Dingens. Ich habe Angst. Gut unten ist nichts mehr. Da habe ich alles geguckt. Ja. Seid ihr euch das für eine Hose? Äh ne gar nicht. Also ich muss mal gucken wo die Sonne steht. Ich will gucken ob wir hier bleiben und die Kisten nochmal aufmachen. Ich komme auf jeden Fall gleich wieder zurück. Siehst du die Hose irgendwo? Äh die Hose. Mhhh. Die Sonne. Wo bist du schon wieder hin? Ich bin auf der gleichen Tasche noch geblieben. Ich gucke gerade wo die Sonne ist. Ähm ne weiß ich gerade nicht. Ähm mein Hungerbanken macht schon ein bisschen Ratatatam. Noch ziemlich weit oben die Sonne. Lohnt sich nicht zu warten. Ähm wie viel Leben hast du noch? Ich bin ganz voll. Gut. Dann genommen sie ich was. Ja. Ich habe ein rohes Fleisch gegessen und einen Apfel. Okay. Die müsste aber eigentlich noch am merkigsten sein. Gucken wir mal wo die noch sind. Da hat es glaubt. Ne das ist nur ein Holzstück. Wir sind im Krankenhaus. Ich komme jetzt zu euch. Hier ist nichts. Ich sehe das schon. Ich habe Angst. Ich habe ganz große Angst. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Was ihr weggetan. Aua. Ja. Du musst gucken wo du hinspringst. Ist hier irgendwas hinter? Noch 17 remaining. Ist auch nichts. Ich glaube hier kommt man nicht weiter runter. Doch. Ganz easy machen wir das hier lang. Oh scheiße. Joy ist ganz gefährlich mir hinterher zu springen. Oh nein. Hier gibt es keinen Eingang mehr. Ich dachte immer ich gehe mal aus nach dem Haus lang. Lol. 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 Ich sehe dich aber noch nicht. Ähm. Ich lauf richtig rum. Ah. Ah. Wie komme ich hier rein? Nein. Hier ist eine Glasscheibe vor. Verdammt. Hallo. Hallo. Ich sehe dich. Ich fang dich auf. Schön warte wo bist du. Was mach. Da hier hinten kannst du raus. Wenn du hier rum kommst. Wo denn? Hier bei mir hinten. Hier ist wieder Baum. Ah. Oh jetzt habe ich meine runter gefallen. Alter. Du musst hier einmal rum. Ganz rum. Vorne oder was? Ne hinten. Da. Wo bist du denn? Ach da. Zu die. Ich stehe gleich dort beim Fenster. Wo bist du denn? Hingerannt. Warte. Warte. Hier. Jetzt werde ich mal stehen von dem Fenster hier. Wo muss ich hin? Du gehst jetzt von dir aus nach links. Glaub ich. Da lang? Ja. Ja da wollte ich ja auch hin. Dann bin ich extra zurück gekommen und du gesagt hast da kommt man irgendwo lang. Es wird dunkel. Ja hier kommt man auch ran. Oh fuck wir sind an einer doofen Stelle für das das dunkel wird ne? Quatsch die Stelle ist gut. Ja die Stelle ist total gut. Wo kommen wir hier rein hier? Wo kommen wir rein? Hier noch einmal rum. Hier ist Busch. Äh. 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 Da soll ich her? Ja. Du schaffst das. Ich verleg ob ich nicht lieber zum anderen Gebäude rüber springe auf die andere Seite. Alter. Komm. Da kommt man nicht rum. Da muss ich springen. Das ist ein Loch. Komm. Ich muss noch drei Sprünge machen bevor ich rum bin. So. Achtung pass hier auf. Hier. Hier ist gleich ein Loch. Oh. Äh. Wo ist es noch? Pass auf. Pass auf. Ah ja. Äh. Äh. Ich gehe wieder nach oben. Hier kann es nochmal leer machen. Das ist wie Autofahren mit meiner Mutter und meinem Vater. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Äh. Noch besser. Äh. Ich werde sterben. Ich spüre das. Wo bist du denn? Warum bist du denn da unten alleine? Ich bin in der Mitte. Nee oder? Wieso bist du in der Mitte? Ohne uns. Wenn dunkel wird. Du bist ein Depp. Ich hoffe du stirbst. Nein. Ich hole uns geile Sachen. Dann gewinnen wir. Ja oder das ist auch gut. Oder du stirbst und dann verlieren wir. Ne wieso. Geben wir halt zu zweit. Schmeiß vorher die guten Sachen die du schon hast weg, damit wir die wiederfinden. Ja. Ich schmeiß dir in die Kiste. Ich habe nur ein Schwert. Ich habe nur ein Schwert. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Es geht nicht mehr. Aber ich ist sowieso noch nicht drin. Oder die Kisten soll nicht refilled oder? Ähm. Ne noch jetzt. Jetzt. Ich geh runter. Ich geh runter. Ich geh die zweite Kiste nicht. Aha. Aha. Eine Brust. Einen Apfel und ein Stück Fleisch. Sehr gut. Brust habe ich noch nicht. Tack. Hast du das verdient. Das hast du verdient. Das waren zwei Leute. Das waren zwei Leute. Das waren zwei Leute. Drei Leute. Also so wie ich jetzt höre. Auf jeden Fall laufen die mehrere rum. Bist du jetzt tot oder was? Ja. Das waren zwei Leute. Das waren zwei Leute. Einer von hinten. Den anderen habe ich aber umgehauen. Wieso läufst du auch alleine rum? Das haben wir dir gesagt. Ich dachte. Man kann das tun. Das haben wir dir gesagt. Oh Gott. Ja. Das ist eigentlich auch der Sinn von dem Spiel. Aber wenn wir schon. Wo bist du? Ich dachte du bist. Bist du ein Gegner. Oh Gott. Hast du mich gesehen oder? Hast du dich überholt oder wie? Ja. Ich habe dich gesehen und da habe ich mich voll erschrocken. Ich glaube einfach hinterher. So alles. Geist und so. Mach mal. Ja. Wo sind die ganzen Küsten hin? Da wo sie immer sind. Hier zum Beispiel. Ich bin verschwunden. Brauchst du einen Helm? Hast du einen Schwert oder sowas? Ey. Ich habe keinen Schwert. Ich habe gar nichts. Komm mal her zu mir. Oh bist du denn? Achter. So hier. Dann gebe ich dir nochmal die Axt. Die ist gut für dich. Und Hose hast du schon. Ja. Hier kann man runterspringen. Schön, dass man das kann. Wir gehen lieber in den sicheren Sieg. Du hast schon eine gute Idee. Du bist schon in die Mitte gegangen. Das war deine gute Idee heute. Jetzt muss ich hier auch noch die Idee ziehen. Ich habe nur noch eine Idee. Ein Weg nach unten ein bisschen. Ach. 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 einen Ton an. Tuck dich mal. Hier ist irgendjemand. Kann man nicht aufs Nachbargebäude rüberspringen? Besser nicht. Siehst du irgendwo einen Namen? Ich war das. Du machst hier den Singen kaputt. Nee, ich bin da rauf rumgelaufen. Ah, hör doch auf hier. Ich hab mich noch nicht so'n Schrecken ein, ey. Seid OP, vielmehr so halb OP. Ein Tank? Joy muss auf jeden Fall voren. Wieso ist ein Tank? Ja, die müssen Fokus auf Joy haben. Ja, damit ich zuerst sterbe. Und dann kann man was alle kaputt machen. Ja, und ich bin tot. Ja. Idee. Die. Die könnten da auch runter gehen. Die in der Nähe welcher? Die muss noch Kisten sein. Oh, da geht's tief runter. Irgendwo muss noch da hinten eine Kiste sein. Irgendwo hier glaube ich. Da ist sie doch. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, als du plötzlich vor mir standst. Mein Gott, was hast du denn, ey? Ja, das gehört auf meiner Seite. Brauchst du eine Brust und ein Holzschwert? Ein Holzschwert bei Kuren. Brust? Ja. Ja. Da. Ich sehe hier schon mal keinen. Ich brauche auf jeden Fall einen Crafting-Table, dann kann ich mir ein Eisenschwert machen. In der Mitte sind welche. Ja, in der Mitte sind welche, genau. In der Fabrik sind welche. Oh, was war das? Alter, scheiß Beobachter. Ich hasse sie. Da sind wir mal auftauchen. Das ist auch, da wäre die Treppe hochgekommen. Wir suchen jetzt ein Crafting-Table, okay? Okay. In der Bücherei ist jemand. Bücherei ist direkt bei euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Links oder rechts neben uns? Ähm, wer zu sagen. Also, so wie ich gerade gucke, links. Das ist die Bücherei. Die Bücherei ist hinter diesem Gebäude. Wir gehen einfach hier von auf die Straßenhalle ab. Rennen wir oder laufen wir? Ich gehe ganz normal. Okay. Rennen und laufen. Da ist die Bücherei. Wo? Neben uns. Das da? Ja. Ist mir egal. Ne, das ist die nicht. Da ist die Bücherei. Da ist die Bücherei. Da sind ganz viele Bücher, genau. Oh Gott. Eine riesige Bücherei. Ja, die ist da. Wir sollten weg. Ja, ja. Ich will jetzt hier am Ende der Straße. Muss irgendwo ein Crafting-Table sein. Ich weiß nur nicht mal ob links oder rechts. Ich glaube rechts. Warum rennst du? Hast du so viel Kissen? Keine Ahnung. Nö. Da ist einer. Ja, da vorne ist einer. Ja, da vorne ist einer. Am Crafting-Table? Ja. Sag ich ja, dass hier einer sein muss. Lol, hier geht es runter. Hier war ich ja noch nie. Ach, hier unten ist er. Hier kommst du zur Rail-Ding-Stack. Hä, wo ist denn der? Achso, da ist er. Da ist er. Nimm mal das Schwert hier. Ich crafte mir ein neues. Ich habe einen Stick, falls du noch einen brauchst. Ne. Hast du noch einen Goldbarren? Ja. Aber ein Goldschwert ist irgendwie doof. Brauchen wir nicht. Ne, jetzt bringt das Steinschwert, was du machst, mehr. Okay. Hast du noch einen Pfeil vielleicht? Oder einen Bogen? Ja. Pfeil habe ich noch. Aber keine Bögen? Das ist gut. Ich habe einen Bogen, dann habe ich auch schon mal ein paar Pfeile. Was gibst du mir jetzt noch alles? Ich habe dir einfach alles gegeben, was ich habe. Ah, super. So viel brauche ich auch nicht. Ich sollte nicht mehr so offensiv spielen. Ja. Wir spielen nicht offensiv. Wir sind ganz unentdeckt. Gut. Was ist da hinten? Wir gehen mal, ähm, weiß ich nicht. Richtung, äh, Außenrum. Ich hab, du, ich hab ein bisschen Angst, irgendwie. Angst. Wir sind doch hier in den Hunger Games. Wir haben keinen Grund zum Angst haben. Halt die Fresse. Was machst du da hinten? Dreh dich mal um und schau mal, wo ich das Wasser. Was der? Ja, ich weiß wo, wo er ist. Ach, jetzt liest du ihn wieder. Ach, schade. Ja, ja, der ist ganz woanders hergelaufen. Wir bräuchten eine Schüssel, das wäre ganz cool. Und Pilze. Wir haben nämlich krumm Nahrung. Also ich hab noch einen Apfel. Ich sehe hier auf jeden Fall keinen. Außer euch. Nur euch beide. Ja, warum? Hier in den Wald rennt normalerweise niemand rum. Was will man auch hier? Gibt's ja nix. Ach, jetzt sage ich mal die Imponenten wieder. Nicht mit dem Eisenschwert, die Bäume kaputt schlagen. Das nutzt das Schwert doch ab. In der Mitte sind zwei sich am Klappen. Und einer ist gestorben. Und da ist einer gestorben. Jetzt ist nur einer da. Und der ist jetzt wahrscheinlich OP ausgerüstet, ja? Äh, ja, der ist aktiv OP. Einer ist an den Häusern. Aber wie gesehen nicht. Wir machen ja unseren kleinen Waldausflug hier hinten. Genau. Wir gehen spazieren. Und einer, der hat gar nichts außer ein Steinschwert. Der klärt das auf der Bibliothek rum. Wir rennen mal hier ein bisschen weiter. Und hier irgendwie runterschupfen. Das ist das große Gebäude, da gibt's nix drin, oder? Goll, ich hab mit Schaden gemacht. Ey, geil! Also runter. Ghost OP. Okay. Ja, ja, ich hab ihn irgendwie in die Wand gebackt. Und dann bin ich da runtergefallen. Da ist ein Baum in der Hand. Ja, gut. Ja, ich baue die beiden. Die Sonne, die Sonne geht jetzt irgendwie runter? Das sind Chicken. Wo? Da oben. Jetzt hat ein Ei gelegt. Lol. Ich soll in der Wand ersticken. Irgendwie schon gerade geschaffen. Das tut mir leid. Reckst du von alleine wieder? Ja, ne? Ja, ja. Nö, eigentlich nicht. Aber egal. Mir fehlen nur zwei Herzen. Das ist das Problem. Und darum recke ich nicht. Okay. Zwei Essen fehlen ja, okay. Verstehe. Ja. Wir rennen auch wirklich außen rum jetzt hier um die Stadt, ne? Wir meiden jedes Gebäude. Wo sind wir denn jetzt? Was ist da hinten? Ist da was? Weiß ich gar nicht. Die Leute, die mich getötet haben draußen hier rum. Wo? Oh mein Gott. Ähm, die sind, warte. Ich flieg mal eben hoch, damit ich überblick habe. Ähm, die sind nicht bei euch. Gut. Das ist ja schade. Ja, das ist gut. Wir gehen jetzt hier in dieses kleine Dorf rein. Vielleicht gibt's da irgendwas für uns. Da war gerade eben jemand, aber ist schon was länger her. Also zwei Minuten ca. Und der war nicht gut ausgerüstet. Wo, hinten bei den kleinen Dorf? Nein, nein doch. Eigentlich ist das voll scheiße, dass du uns die ganze Zeit sagst, wer wo ist. Wieso? Das war irgendein Typ. Das ist voll irgendein Typ. Ein Steakholzschwert, noch ein Steinschwert, noch ein Eisenbarrenpfeil. Könnte ich was zu essen? Ich hab nur ein Apfel und ein Hühnchen kannst du noch haben. Ja. Da. Und ich hab auch noch Rottenmehl, wenn du was willst. Dann ess aber das Rotten zuerst. Oh. Oh. Nein, ist egal. Ich pack mal das Holz. Was ist das? Was denn? Dieses Haus. Keine Ahnung. Hier gibt's ruhig Craftinghebel drin oder sowas. Wo? Äh, ich könnte euch eigentlich den Code sagen. Hä? Für das, äh, für das Western Haus. Wenn du mir sagst, wo das Western Haus ist? Dann geht mir noch mal raus. Ah, jetzt hab ich mich steckt. Warte, erst mal gucken, was hier unten drin ist. Ach, nix. Oh mein Gott. Nö. Spielregeln. Die lese ich mir jetzt nicht durch. Redstone Haus ist gesagt. Weil ich nehme mal eben mein Holzschwert in die Hand, um die Gegend anzulocken. Und dann hole ich mein Eisenschwert raus und dann haue ich voll OP um. Okay, wir gehen raus. Also lass uns wo lang? Rechts. Dann raus jetzt rechts. Ja. Und dann ist ja gleich ein Haus, das ist aus Redstone Self. Das, ja, da ist es. Guck da. Okay, ja. Und da gehen wir jetzt rein? Ja, da geht ihr rein. Wo ist der Eingang? Da ist... Nein, da ist niemand. Da ist ne Garage. Die Tür ist aber offen. Das ist schon mal schlecht, ne? Aber hier unten war noch niemand drin. Also hat ihm niemand geknackt. Okay, was jetzt? Hier auf dem Knopf drücken, oder? Oh ja, ich hab... Ich hab Sachen. Aber, ne, ne, die kommen runter, kommen runter. Wasser kommt runter. Nicht den Knopf drücken. Ich komm runter. Warte, warte. Warte, warte. Warte, da ist wer. Wasser ist wer, wie? Geh hin. Ich glaub, da ist wer. Da war ich. Oh. Hier ist ein Knopf drin. Warte, 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 warte. Ich hab noch Zeugs. Geh du, pass auf. Stell ich mal hier und sag, wenn einer von oben kommt. Drück einfach nur den Knopf hier drin. Okay. Da in der Wand ist ein Knopf. Hier in der Wand ist ein Knopf drin. Jemand hat das schon geschafft aufzumachen. Drück den Knopf. So. Und jetzt geht die nochmal hoch. Hoch. Geh die hoch und unter der Treppe war ja ein Schalter. Den drückt jetzt auch nochmal. Den Code hat wohl jemand schon herausgefunden und der wusste halt nicht, wie man das weiter macht. Und jetzt drückst du den Knopf. Ja, mach mal. Drück meinen Knopf. Hast du den Knopf gedrückt? Mach du. Hast du gedrückt? Nee, ich komm mich dran. Ja, du musst von hier aus. So hab ich. Und dann gehst du runter, dann gehst du runter. Okay. Und jetzt? Weiter runter? Ja, weiter rein. Da hat wohl jemand den Code geknackt und wusste nicht, wie es weitergeht. Okay, und jetzt? Jetzt ist hier ne Truhe, ne fette Truhe. Und dann drückt der hinten den Schalter hier. Den Schalter drücken. Oh mein Gott. Deathmatch. Deathmatch. Schade. Schade, schade, schade. Ich hau euch zu. Warte. Die sind zwei, die sind reinlos. Ja, die sind zwei Teams. Das ist ein 3er Team. Das ist ein 3er Team. Das ist ein 3er Team. Ja, das wird ja lustig. Ne, das ist kein 3er. Da hat einer ein Diaschwert. Lass mal den. Lass mal den. Wo seid ihr? Der kommt, der kommt. Weg, 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 weg. Ihr müsst drauf gehen. Ihr müsst auf den drauf gehen. Beide zusammen. Und Wazer ist tot. Ja. Warum haust ihr denn? Ich hatte den Pfeil und Bogen noch in der Hand. Verdammt. Naja. Egal. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.